Damit ein wunderschön herrliches Willkommen zu dem nächsten Monat-News im August. Ja, wir haben ein paar wichtige Sachen, oder ich habe ein paar Sachen, die ich euch gerne mitteilen möchte. Zum allerersten Thema Gamescom, ja, die finden in ein paar Wochen statt und ich bin selber vor Ort. Ja, ich werde alle 5 Tage vor Ort sein, daher, von Mittwoch bis Sonntag werde ich vor Ort sein. In Cologne, Germany. Get ready to get ahead of the game. Join us at Gamescom 2022. Und über die Messe berichten. Ich werde wie jedes Jahr am selben Tag des Schnitten, des Films des Schnitten und am nächsten Tag um 7, 8 oder 9 Uhr hochgeladen. Und ich werde aber die Gamescom soweit nicht alleine besuchen, sondern ich werde auch noch jemand mitkommen. Da, ähm, ist aktuell aber noch ein bisschen Fragezeichen, an welchen Tag die Person mitkäme. Weitere Informationen bekommt ihr kurz vor der Gamescom, ähm, weil bis jetzt gibt es noch keine Hallenpläne, ich kann noch nicht das Schalt planen, ähm, aber seid gespannt. Nächstes Thema in ca. einem Monat, am 3.09.2022, ab 9 Uhr, geht er los. Auf Flauschhilfe sowohl YouTube und Twitch. Weitere Informationen bekommt ihr alle auf der Webseite oder auf dem Discord-Server oder hier im anschließenden, ähm, Thriller-Video. Wir sind wieder da. 24 Stunden veranstalten wir einen Spenden-Livestream für das Nürnberger Tierheim. Es sind viele Projekte geplant, wie Tiere suchen dich. Schwierige Tiere werden vermittelt. Live spenden. Lauf mit der Star-Wars-Fangruppe in der Innenstadt von Nürnberg. Am 3. auf den 4. September 2022, ab 9 Uhr. Live auf Twitch und YouTube. Mit den ModeratorInnen Lukas, Benjamin und Co. Mit Unterstützung vom Tierheim Nürnberg. Medienzentrum Parabol, laut Cash und Filmproduktion Benjamin. Seid dabei, seid, ähm, live mit dabei, äh, schaut zu, spendet, ähm, wir würden uns sehr freuen. Das Tierheim Nürnberg wird sich auch sehr freuen. Und wenn ihr noch Content oder Moderation teilnehmen möchtet, dann schreibt mir eine Nachricht. Ähm, und dann kann ich euch bei mir annehmen. Ähm, und ja. Ich hab erstmal somit auch keine weitere Termine. Außer, dass ab September die ganzen Videos, ähm, werden sich verändern. Aber die ganzen Informationen werden in September kommen. Und somit würd ich sagen, macht gut, bleibt gesund, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Video. Bye Bye.